Alles klar? Jo! Dankeschön! Wait! Can I do it? Ho! Ho! Hey! Woo! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und damit ein herzliches Willkommen, falls ihr den Vlog gerade anschauen solltet. Zweiter Tag Versmold. Ich mal wieder mit Höhenangst gen Boden. Aber, ja, ich mein, Karabäck kann man mal mitnehmen. Und, ja, genau. Also, ich freu mich auf jeden Fall grad mal wieder in Speed zu fahren. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, ja, 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 wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Oh! Oiii Oiii